Dresden glitzert. Semperoper und Theaterplatz strahlen und glänzen. Es ist Semperopernball. Und alle von überall her strömen ins zauberhafte Dresden. Eine Stadt, reich an Geschichte und eigenem Charme. Ballgäste können es kaum erwarten, endlich zu tanzen. Mit dem Walzer kann man sich ein bisschen führen lassen und das werde ich auch mal da machen. Ich werde heute tanzen wie noch nie. Und die Bühne der Semperoper wird zum schillernden Ballsaal. Die Gäste begeistert. Ich weiß aus den Elementarleitfäden für Redner, dass sie immer sagen müssen, dass sie sehr gerne in der Stadt sind. Meistens stimmt das nicht. Aber heute Abend stimmt es wirklich. Kein Wunder, denn der Semperopernball in Dresden begeistert mit Überraschungen und Höhepunkten. Das ist es, das ist es, das ist es, das ist es, dass sie sehr gerne in der Stadt zu tun. Die Gäste begeistert mit Überraschungen und Höhepunkten. Untertitelung des ZDF, 2020